Die Last of Us-Entwickler arbeiten in einem neuen Singleplayer-Spiel für die PlayStation 5, Capcom verspricht eine Gameplay-Präsentation von Resident Evil Village und Fans haben die Assassin's Creed Geheimsprache der ISU geknackt. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das und mehr gibt's jetzt in den News. Naughty Dog, die Macher von The Last of Us arbeiten offenbar an einem neuen Spiel für die PlayStation 5, überraschend ist dabei aber, dass es sich um ein Singleplayer-Spiel handeln soll. Darauf deuten diverse Stellenausschreibungen, Beförderungen und Umstrukturierungen beim Entwickler hin. Unter anderem werden aktuell gesucht ProgrammiererInnen, Concept-Artists und Level-DesignerInnen für ein Singleplayer-Projekt, das teilt auch der Studio-Chef Neil Druckmann über Twitter. In den Stellenausschreibungen geht's dediziert um ein Solo-Spiel für die PlayStation 5, das auch Kampf-Gameplay beinhalten soll. Das kann natürlich jetzt alles sein. Könnte gut sein, dass das was ist, was Naughty Dog schon mal gemacht hat, also möglicherweise ein neues Jack & Dexter, ein neues Uncharted oder ein neues The Last of Us oder aber es ist eine ganz neue Marke. Das geht bisher eben nicht aus den Stellenausschreibungen hervor. Die Uncharted-Serie um Nathan Drake gilt eigentlich als abgeschlossen, kann aber sein, dass man da eine Art Neuanfang wagt. Außerdem ist natürlich durchaus möglich, dass es ein neues The Last of Us geben wird, denn ein drittes Last of Us hat Neil Druckmann als durchaus möglich bezeichnet. Teil 2 wurde von den Spielern zwar kontrovers diskutiert, ist aber finanziell sehr erfolgreich gewesen und im letzten Jahr mit Preisen überschüttet worden. Capcom hat einen neuen Livestream zu Resident Evil Village angekündigt und will darin nicht nur einen neuen Trailer, sondern auch erstmals richtiges Gameplay zeigen. Außerdem soll es auch eine geführte Tour durch das namensgebende Dorf des Spiels geben. Dieser Stream soll am 21. Januar um 23 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Außerdem verspricht Capcom in diesem Stream auch weitere News rund um die Resident Evil-Reihe und deutet auf eine mysteriöse Closed-Beta hin. Zu der kann man sich jetzt anmelden, wenn man im Resident Evil Ambassador-Programm ist, zumindest steigert das extrem die Chancen dort angenommen zu werden. Diese Closed-Beta dreht sich um das 25. Jubiläum von Resident Evil und ist nur auf der PS4 und Xbox One spielbar. Was dabei rauskommt, das erfahrt ihr auf jeden Fall in der kommenden Woche bei unserem großen Livestream-Event Find Your Next Game Winter Edition. Blizzard hat seinen Spiele-Launcher Battle.net überarbeitet und nennt den ab sofort Battle.net 2.0. Das klingt ganz schön hochtrabend, ist in erster Linie aber nur eine Layout-Anpassung. Unter anderem werden die Spiele jetzt horizontal aufgelistet, d.h. ihr habt mehr Platz für die einzelnen Spiele und eure Freundesliste bleibt jetzt auch die ganze Zeit rechts eingeblendet. Außerdem bringt dieser neue Launcher mehr Barrierefreiheit, unter anderem kann man das ganze Programm jetzt komplett mit dem Keyboard steuern und es werden auch Screenreader unterstützt. Momentan gibt's diese neue Version nur schon für alle Nutzer in Nordamerika, in anderen Territorien sollen sie aber in den nächsten Tagen und Wochen freigeschaltet werden. Die Mitglieder der Assassin's Creed Fansite Access the Animus haben die geheime Sprache der Isu entschlüsselt. Das ist ja das Volk in Assassin's Creed, das vor uns kam, also dieses mysteriöse Vorvätervolk. Und in Assassin's Creed Valhalla gibt es diverse Schrifttafeln von denen zu finden und mit denen und Übersetzungsnotizen auf dem Laptop von Leila Hassan haben die Mitglieder von Access the Animus das jetzt übersetzen können. und können damit nicht nur diese Schrifttafeln im Spiel komplett übersetzen, sondern haben auch auf der Verpackung der Collectors Edition diverse Hinweise gefunden. Access the Animus hat ein langes Erklärvideo veröffentlicht, wo ihr dann auch selbst versuchen könnt, diese Schrifttafeln zu übersetzen und erklärt, dass auf der Collectors Edition dann auch Hinweise draufstehen wie jetzt darin versteckt und dieser See. Laut Access the Animus ist das aber erst der Anfang. Man wollte erst mal den Leuten erklären, wie diese Sprache funktioniert. Was man an großen Geheimnissen gefunden hat, das möchte man erst in einem späteren Video erklären. Der Narrative Director von Assassin's Creed Valhalla, Darby McDavid, ist auf jeden Fall auch sehr überrascht und freut sich, dass die Fans das geschafft haben und gratuliert ihnen für die gute Übersetzung. New Pokémon Snap hat einen Releasetermin. Den hat Nintendo jetzt bekannt gegeben und das bedeutet, dass die Fotosafari am 30. April auf die Nintendo Switch kommt. New Pokémon Snap ist nicht einfach nur ein Port des N64 Spiels, sondern ein neues Spiel, das über 200 Pokémon zum Fotografieren bietet, die ihr aus acht Generationen der Spielereihe schon kennt. Riders Republic kommt nicht mehr im Februar. Das hat Ubisoft jetzt angekündigt und erklärt, dass das Rennsportspiel jetzt auf einen nicht näher genannten Termin irgendwann später 2021 verschoben wird. Zu den Gründen heißt es nur, die Entwickler brauchen mehr Zeit, um, Zitat, die spaßigst mögliche Erfahrung zu entwickeln. In Widers Republic tretet ihr in PvP-Rennen an mit 50 anderen Spielern, mit Mountainbikes, Ski, Snowboards, Wingsuits und Raketenwingsuits. Erscheinen soll Widers Republic, wenn es dann mal fertig ist, für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und S, Stadia und PC und da im Epic Games und Ubisoft Store. Es sieht ganz so aus, als würden die Welten von Ghost Recon, Breakpoint und Rainbow Six Siege verschmelzen, denn die offiziellen Twitter-Accounts beider Spiele haben schon mit einem Teaser darauf aufmerksam gemacht und dann hat jemand Mist gebaut, denn kurz darauf ist offenbar schon ein Ankündigungstrailer zu früh live gegangen. Den hat man inzwischen wieder gelöscht, aber die Infos daraus sind natürlich jetzt schon in die Weiten des Internets entfleucht. So heißt es nämlich, dass in Ghost Recon Breakpoint Operator aus Rainbow Six Siege spielbar sein werden. Unter anderem sind da Ash, Finka und entweder Smoke oder Thatcher mit dabei. Die mischen dann also als Ghosts mit in Ghost Recon Breakpoint. Außerdem breitet sich auf der Insel ein mysteriöses Gas aus, was auch irgendwas mit diesem neuen Spielevent zu tun hat. Der soll übrigens am 21. Januar beginnen. Offiziell bestätigt hat Ubisoft das aber noch nicht. Aber wie gesagt, es war schon in diesem geleakten Trailer drin. Und das war's mit den regulären News für diese Woche. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das gut unterhalten hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal. Schaut gerne auch unsere anderen Videos, wie zum Beispiel unsere Vorschau zu Crimson Desert, die der Jules für euch gemacht hat. Oder dieses Video, in dem wir euch die Spiele zeigen, die gerade nochmal so die Kurve gekriegt haben. Morgen gibt's nochmal die Weekend-News. Am Montag gibt's dann die nächsten regulären News mit Natascha. Bis dahin, weiterspielen! Bis dahin! Bis dahin, weiterspielen! Untertitelung. BR 2018